Beide Österreicher wieder ganz, ganz stark. Hat den Probedurchgang auch mit ganz starkem Sprung gezeigt, Michi Heiberg. Und der ging wieder sehr gut oben durch. Ja, ja, ja. Das ist die Spitze natürlich. Ohne Diskussion. War so ein guter Sprung wie ein Probedurchgang, den er da gesetzt hat. 138 Meter auch mit Telemark. 19,5, 19,0. Also da sehe ich auch nicht so viel, was man abziehen kann. Ich muss den unbedingt nach Berlin einladen. Und das ist so ein netter Bursche. 138 nochmal. 138 Meter. Da müssen sich auch die Folgen, die Gangnes, die Kraft und die Prioz ein bisschen warm anziehen. Ja, vor allem die beiden waren ja punktgleich. Also Kenneth Gangnes war punktgleich mit Michi Heiberg, heißt er also auch. Er weiß, wo er hinspringen muss. Allerdings der Abstand ist auf Platz 2 und 1. Der sind ja schon 10 Punkte. Heiberg auf Vorfang. 18 Punkte.